Mitten im Hundertmorgenwald liegt Christopher Robins Feld und dort ist der Tiereaufenthalt, die Christopher sich zugesellt. Der Mürsche-Esel ist sein Freund und kennt er die kleine Ruh. Kaninchen und Ferkel, die Eule auch, sein bester Freund ist Winnie der Puh. Winnie der Puh, Winnie der Puh, Knudelnudel und Kistetetti, der ist Winnie der Puh. Winnie der Puh, alle Kinder lieben ihn sehr. Winnie der Puh, Winnie der Puh, Knudelnudel und Kistetetti, der ist Winnie der Puh. Winnie der Puh, alle Kinder lieben ihn sehr.